Schlafzimmer Interliving 1202 Das Schlafzimmer Interliving 1202 bringt attraktive Materialien gekonnt zusammen. Der Schrank mit seiner edlen Weißglasfront wird durch eine Bauchbinde aus massiver Balkeneiche durchzogen und mit Details aus Metall ergänzt. Optisch passend wiederholt sich diese Zweiteilung auch im Design des Bettes. Hier teilt ein dezenter Holzsteg ebenfalls aus Balkeneiche das pflegeleichte Kunstleder des Kopfteils. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an individuellen Ausstattungsvarianten für Möbel ganz nach Ihrem Geschmack. Mit geprüfter Qualität durch die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel und 5 Jahren Herstellergarantie.